Ich muss schon sagen, wunderschöne Namen. Gemokst. Autsch, Kopf ab. Kopf ab. Oberand. Spiritek. Sword Slash. Ja. Schönert. Oh Gott, die sehen alle gleich aus. Nein, nochmal. Ja, oben, wie man sieht, der hebt sich von der Energie von allen anderen ab. Ich kann es ja spoilern. Viele von euch kennen ja das Spiel schon. Und zwar ist dieser Mock da oben. Die hat eine Mock ganz oben. Das wird auch ein neuer. Sie hat ein neuer Tanz gelernt. Der kommt nämlich später in unsere Truppe. Und mit ihm kann man noch jemanden bekommen. Oh Gott. Oh nein. Ich... Ja. Mhm. Das war schlau. Das war sogar sehr, sehr... Ach egal. Ich habe ja genug. Eigentlich nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Äh, was? Okay. Ich habe... Oh, was? Ähm. Schön. Juhu. Ja, äh, mhm. Ähm. Jo. Kommt da noch irgendjemand auf? Komm, die nehmen wir auch noch mal mit. Das war ja wirklich absoluter Faith. Okay. Ich habe ja schon mal einen Probelauf gemacht. Ist, äh, ziemlich weit. Bis Schloss Figaro schon. Ich bin ja kaum blind für mich. Wäre es doch nicht mal gewesen, wenn ich das vorher nicht gemacht hätte. Aber ihr könnt auch nichts, oder? Du kannst, ja. Du kannst tanzen. Wenn ich tanze. Das Abendregime. Schickt man keine... Na ja. Könnt ihr sonst noch was? Ihr kleinen, kaputten... Ach, die Mox. Deswegen heißt sie auch einfach nur Mok. Und Morl. Moktan. Und Mogul. Das ist sogar ein richtiges Wort. Und ja, wunderschön. Ähm. Na ja. Ich muss es riskieren. Ich will nämlich mit ihm. Weil ich muss... Okay. Ich schaff's. Haha. Oh Gott. So, und mit ihm stiehlt man... Von dem Alten... Oh Mann. Hört auf, auf den schon Verwundeten zu gehen. Und jetzt hört auf... So, von ihm stiehlt ihr etwas. Und zwar... Also... Na toll, der gibt's jetzt in Ladung. Den Mithril-Säbel. Richtig. Das ist wichtig. Oh Gott. Schaff ich das jetzt überhaupt noch? Ey, das wird auch so nur der Fail jetzt gerade, oder? Wird's erst mal sein, dass ich tot gehe? Das kann passieren. Nein! Ja... Ja... Dann sehen wir doch mal den Game Over. Hä? Okay. Oh, okay. Oh, die leben sogar alle wieder. Ist das... Ist das billig? Hm. Aber... Das ist ja blöd. Das ist ja echt blöd. Wo ist mit denen? Na ja, ist ja auch egal. So lange ich den Mithril-Säbel habe... Äh, Habel vor allem. Habe... Ist das ja egal. Dann machst du halt Tanz. Abendregie. Was drüber das ist? Ich hab keine Ahnung. Elfenfeuer. Okay. Wow. Nicht euer Ehren. Das habe ich noch nie gemacht. Schon wieder? Was? Oh Mann, war das schwer. Oh, wow. Ist das lame. Okay. Danke, Mucklis. Ihr habt was gut. Schulden mehr Mucklis machen? Ob das so gut ist? Irgendwann kommen sie und wollen deine Niere. Oder eine. Oh Gott. Stell ich nicht alles klar mit dir? Aber ich drück' in den Schalter. Wollen wir mal abhauen? Dieser Schalter... Dieser Schalter... Dieser Schalter... ...Schalter... ...müsste... ...genau den Ausgang kreieren. Tut mir leid, wenn ich vorhin ein bisschen leise war oder nur... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, gesagt hab... Oh nein. Ah, du bist wohl auf. Du hast mich... Ich? Ah, danke lieber den Mucklis. Den Mucklis. Oh, ich... Erinnere mich wieder an... ...früher noch an... ...du hast Amnesie? Oh mein Gott. Ein Mann sagte... ...es käme bald alles wieder. Mit der Zeit. Ehrenwort, bei mir bist du sicher. Mhm. Bis dahin bleib ich bei dir. Ach ja, dieser geheime Eingang... ...könnte eines Tages nützlich werden. Vergiss ihn bitte nicht. Okay. Klimper, klimper. Was zum Glück kam. Hm. Lalalalalala... Lalalalalala... Ja, toll. Lauf doch einfach mal dahin. Auch wenn ich da nicht hin möchte. Chabolo. Ja. Nun gut. Ich werde jetzt mal schauen. Ich stelle mich hier hin. Schön in Pose. Ähm. Ich werde mal gucken... ...wie die Aufnahmen geworden sind. Ob alles richtig läuft. Ähm. Vielleicht sieht man sich dann gleich wieder. Ja, ich denke ich bin noch ein bisschen. Ähm. Also. Final Fantasy VI. Das Let's Play von Artok. Sprich mir. Ähm. Ich hoffe es gefällt euch. Ich hoffe es wird euch noch gefallen. Ähm. Wenn nicht. Ist auch nicht schlimm. Äh. Schreibt fleißig Kommentare. Ich äh. Freue mich über jedes Kommentar. Ob gute Kritik, schlechte Kritik. Jede Kritik ist eigentlich gut. Und vor allen Dingen. Es sollte wenigstens eine... ...produktive sein. Keine destruktive. Ähm. Jo. Schaut bei Steffi rein. Ich werde sie noch verlinken. Ähm. Das war's. Man sieht sich. Stay tuned. Ciao. Bis zum nächsten Mal.